Ja, ein wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Wimer 40k Space Marine. Ja, ich glaube wir sind jetzt mittlerweile so ein bisschen am Ende des Games auch angekommen. Sind auf die Chaos-Truppen gestoßen und netzeln uns ein wenig durch wieder. Jetzt wäre es gut zu wissen, wo ich eigentlich langen muss. Fahren wir nach oben, ist nie eine schlechte Idee. Na, na, komm. Genau, die Lebensenergie will ich haben. Ja, genau, was er verdient hat. So ist richtig. Wow. Okay. Leben. Leben. Na, machen wir anders. Okay. Na. Okay. Okay, das war jetzt enger. So. Na, komm. Komm rein. Ich hab da bedrückt. Eine Ort-Invasion und jetzt auch noch die Chaos-Ketze. Ich bin überrascht, dass hier überhaupt noch etwas steht. Ja, nicht nur du Meister. Das war jetzt laut, da ist mir gerade etwas runtergefallen. Aber das passiert halt. Ach, immer diese Fahrstuhl-Sequenzen sehr aufregend. Wie sollen wir uns ihnen stellen? Die Legionen des Chaos. Soldat! Reißen Sie sich gefährlich sofort zusammen! Ja, Ma'am. Die anderen Züge ziehen sich zur Bastion zurück. Stellung halten, sonst sind sie abgeschnitten. Okay, gut. Zum Groß-Ultramarines. Wie ist Ihre Lage, Leutnant? Erstaunlich gut. Wenn man bedenkt, dass wir von allen Seiten von feindlichen Horden umgeben sind. Wir gehen zurück zum Kommandoposten, Käpt'n. Na gut, dann machen wir das. Dann haben wir wenigstens schon mal ein Ziel. Ja, kommt doch. Oh, okay. Die Ball haben wir gerade ein bisschen zu gut durch. Dann machen wir uns ein bisschen Leben. So, machen wir das. Und einmal auf die Nutz. Gut, hat gereicht. Okay, unser super Move ist auch wieder aufgeladen. Und die Kniffte ist leer. Na, war ja klar. Ach, schön, wie das aus der Bewegung rausgeht. Oh, hier steht ihr noch. Boah, das nehme ich persönlich. Zeit für sterben, Menschens. Was denn? Oh, den, wie denn? Überleg den Typen. Gut, was haben wir denn hier? Ein paar Waffen, aber eigentlich habe ich alles das, was ich gerne haben möchte. Dann ist das schon mal okay. Okay. Ja, tut er das. Okay. Ja, von dir holen wir uns ein bisschen Leben. Gut. Oh, ein paar scharfe Schützen. Ja, mal machen. Ja, das Schmerzen macht hier schon Bock. Ach komm, ich hätte ihn jetzt eigentlich mittreffen müssen. Okay. Ähm, hier lang. Gleich mal nachladen und ein bisschen Emanition. Emanition. Aber das Knöpfchen ist rot. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Okay, dann müssen wir uns da jetzt auch noch durch mitzünden. Okay. Oh, oh. Ich höre doch. Ich höre doch wieder, die passen nicht sicher. Oh. Sind sie oder was? Gut. Na. Okay, dann halt mit der groben Kelle. Okay, jetzt wird es dann wieder ein bisschen enger. Nein, nein, nicht, nicht. Oh, Mist. Ich wollte die Lebensenergie. Wow. Na, echt jetzt. Oh, ist doch nicht wahr. Ach, hat die Explosion echt noch gereicht? Na, super. Ah, ja, klar. Na, dann gehen wir wieder mal hoch. Wäre zu schlimm, wenn es von Anfang an gleich klappt, ne? Wieder einmal finden sie die Prozesse. Nicht mehr, ne? Okay. Schützlich geht das ab. Äh. 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 Ach ne der gehört zu uns Ja klar, warum die zimiere ich nicht von hier schon Den hin und her, man muss ja nicht immer gleich voll reinholzen Na, die Frage ist Ich spawn die Die Munition geht aber auch Na, wo bist du? Hör dich doch Ach da hinten bist du Ja Und Nochmal eins auf Nuss Okay Wow Da bin ich zufällig im passenden Moment gesprungen, wa? Okay, wo ist der nächste? Also dieser Explosiv Sicher Die nerven schon Den haben wir Na, den haben wir nicht Jetzt haben wir ihn Gut, guck dich Ja, hast du kaum gemerkt? Okay, gut Können wir durchaus noch ein bisschen anders Da ist doch wieder was Oh Gut Noch einer Du hast da Drei Na, den Du hast da Drei 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 Okay. So, sagt mir jetzt mal einer, wo lang? Nee, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ach, jetzt funktioniert er. Ja, beseitige erst alle Gegner. Und dann funktioniert der Aufzug durch Zauberhand. Naja, gut, warum nicht? So kann man es natürlich auch machen. Ja. Wieder die actionreiche Aufzugfahrt. Ihr kennt es nicht? Ja, fahr doch los. Sind doch alle da. Hallo? Aufzug. Seien Sie gegrüßt, Mira. Jona, ich dachte, ich finde einen Dämonen, der an Ihren Knochen nagt. Der würde mich glatt ausspucken. Erstatten Sie Bericht, Jona. Die Grünhäuter haben viel Druck gemacht. Sowohl hier unten, als auch an der Bastion. Bereit machen zum Rückzug zur Bastion. Das Chaos darf nicht direkt angegriffen werden, bevor ich Verstärkung nach hier unten geschafft habe. Hi, Leutnant. Na gut. Captain Titus, hier entlang. Was, die Richtung, die ich eh entschlagen wollte? Natürlich. Warum nicht? So, Brüder. Kommt ihr auch hinterher? Ah, ja. Mira, hier ist Bastion Primus. Schwerer Angriff hier. Die Orks sind zurück. Und haben die Verteidigung ausgeschaltet. Die ganze? Generator zerstört. Wir konnten ihn nicht mehr verteidigen. Ein Rückzug war nötig. Die Ultramarines und ich sind fast bei Ihnen. Mira Ende. Gut. Ist das jetzt auch die passende Richtung? Das könnte sein, ja. Okay, da haben wir wieder was. Plasma-Werfer freigeschaltet. Der MK-12 Plasma-Werfer von Typ Ragefire feuert geladene Energieimpulse, die bestimmte Ziele beschädigen können. Diese Waffe ist natürlich überhitzt, aber auch schnell. Okay. Habe ich denn den? Äh, kann ich mit Hammer gar nicht nutzen. Okay, also steht es gar nicht zur Debatte. Oh, ja, steht hier ganz gut zurück. Das spielt schon da. Ja, da höre ich doch wieder was. Nein. Nein, nein, nein. Entschuldigung. Die unterstützen mich hier mal halbwegs gut. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Oh, nein. Oh, nein. Oh, echt. Besser wird den Imperator sterben, als alleine leben. Mist, ich habe das Finockel. Aber ich habe es nicht mehr gekriegt. War ja klar. Ja, die kann man im Getümmel halt echt mal übersehen. Ja, das wissen wir ja. Ja. Auchs. Immer mehr. Auchs. Noch mehr Grün heute. Oh, vorwärts. Bisschen Munition. man muss ja nicht immer in nahe kampf ok ok Oh! Oh! Oh, Alter! Ah, da ist er doch wieder. Da ist noch einer. Gut. Und noch einer. Und noch einer. Gut, wollen wir uns ein bisschen Leben. Und noch mal ein bisschen Leben. Nein! Nein! Ich höre doch wieder so ein. Oh, Mann! Alter! Gewaltiger auch noch! Oh, ich habe kaum noch Leben. Ja, 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 ja. Komm, nein! 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 Wir holen dir! Wir holen dir! Gut. Oh! Das war knapp. Das war knapp. Oh, Mann! Oh, Mann! Ohne sie sind wir zu wenige, um die Stellung zu halten. Leutnant! Der zentrale Außenpfosten wird angegriffen! Wir brechen sofort auf! Abrücken, Brüder! Die Munition haben wir immer brauchen. Wir brauchen diese Geschütze. Leutnant, wo ist der Generator? Gehen Sie weiter. Sie finden ihn am Ende unserer Befestigung. Ich melde mich, sobald der Strom wieder fließt. Brüder, die Soldaten brauchen ihre Hilfe, bis die Geschütze aktiviert sind. Wir halten die Stellung. Alles klar und ich gehe alleine. War klar. Na komm! Die Lebensenergie schmerzt ja schneller als ein Eis heute im Sommer. Hm. Wow. Ja, lauf bitte mal, Titos. Ja, lauf bitte mal, Titos. Oh, Leben. Und den Großen. Ich will den... Komm! Okay. Ah, le- ... de ... ... ... ... ... ... Ah, da ist er wieder. Genau. Na? Der ist ja echt langsam anstrengend hier. Wirklich gefährlich sind sie ja auch nur, aufgrund ihrer Masse. Guck mal, die Zombies und Resi sind evil. Aktiviert. Leugner und Mira. Der Generator läuft. Klappt. Die Geschichten funktionieren wieder. Captain, ihre Männer sind bei einem Zugang zum Schienennetzwerk. Meine Soldaten zeigen den Weg. Noch ein Tor in nähe ihrer Position. Vielen Dank, Locker. Okay, wo, was, wie, wer? Welche Richtung? Hier lang. Ja, also müssen wir doch nochmal zurück. Zurück. Da sind wir, mein Lord. Machen Sie bald. Alles klar. Anscheinend hier rein. Sie tun unseren Käpt'n Titus. Wir treffen hier auf Orks. Aber nicht so wie oben. Gerade genug, um zu nerven. Wir sind bald da. Verstanden. Na, das klingt doch noch was. Ja, komm. Muss doch nicht gleich jedes Mal so abbremsen. Oh, Mann. So. So ein kleines Geländer. Und davon lässt du dich aufhalten. Na, das habe ich ja gerne. Munition. Munition. So. Oh. Na klar, der wieder. Glaubst du, du kommst mit das fundende Ding von hier weg? Ich bin Boss Grimmschädel. Der ganze Planete gehört mir. Okay. Du bist mir schon lange genug auf dem Fersen, Ork. Das hört jetzt auf. Ganz genau. Denn ich werde dich hier umbringen, Space Marine. So, welche Schwachstelle? Was ist das Prinzip bei dem Kapp? Och. Hör mal. Was war das jetzt? Nenn die Schmerzen! Na. Verdammter Mensch! Halt still! Damit ich dich töten kann! Na komm! Wow. Okay. Ach ja. Nur klar. Gut, dass ich erstmal hier ein bisschen Verstärkung. Einen auf dicke Hose machen. Und dann erstmal seine ganzen Minions holen. Na, das habe ich ja gerne. Wo? Na? Na, warte mal. Nee. Na ja. Oh, dich. Das brauche ich. Alter, boys. Was war da Menschens? Oh. Na, bis der mal ausweicht hier. Na, komm. Na, komm. Komm. Oh, drauf. Wow. Oh. Na, san. Na gut. Oh. Ich habe keine Wahl. Ries mich doch auf die Ketten. Oder aufs Kettenschwert. Wie auch immer. Wo bin ich? Da bin ich. Oh. Was hast du jetzt hier davor? Wow. Oh nein. Wo? Da. Oh. Oh. Na. Oh. 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 Okay. Ich glaube das gehört zum Prinzip das ich dann den Marken Energie Modus zur Verfügung habe. Deswegen werden wahrscheinlich die Minions da rein geschickt. Ach komm. Oh. Das ist ja. Ja kommst du? Kommst du runter? Oder was? Oder wie? Oder wer? Was willst du? Oh das wäre mal so eine Anzeige. Ganz nett. Damit man mal weiß wie weit der schon ist. Ja. Ja. Mach dein Krach weiter. Ist okay. Das ist ein Kampf. Na komm. Okay. 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 Was ist das? Ich bin noch nicht mit dir fertig. Ich bin Schmarine. Aber ich mit dir. Genau. So sehe ich das auch. Na. Endlich. Jo. Aber wir sind noch nicht mit dem Spiel fertig. Aber mit dieser Folge sind wir es jetzt definitiv. Und wenn es euch gefallen hat. Bloß gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Das hilft mir sehr. Aber Hauptsache ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao. Ciao.